Prinz Harry spricht Klartext über Scheidungsgerüchte mit Herzogin Meghan. Der 40-jährige Royal äußert sich offen bei der Dealbook Summit der New York Times. Mit einem Schmunzeln weist er Spekulationen über eine Trennung entschieden zurück. Anscheinend haben wir zehn bis zwölf Mal Häuser gekauft oder sind umgezogen, sagt Harry laut People. Wir haben uns offenbar auch zehn bis zwölf Mal scheiden lassen, fügt er humorvoll hinzu. Er betont, es ist schwer, da mitzuhalten, aber deshalb ignoriert man es einfach. Die getrennten öffentlichen Auftritte des Paares sorgten zuletzt für Aufsehen. Während Harry in New York über Medien und Desinformation spricht, ist Meghan in Kalifornien. Sie sollte an einer Gala in Beverly Hills teilnehmen, was Spekulationen auslöste. Doch der Prinz zeigt Verständnis für das öffentliche Interesse an ihrer Ehe. Ich fühle wirklich mit denen, die solche Gerüchte verbreiten oder daran glauben, erklärt er. Seit 2020 leben Harry und Meghan mit Archie und Lilibet in Kalifornien. Sie engagieren sich für Wohltätigkeit und setzen sich für mentale Gesundheit ein. Harry ist glücklich, seine Kinder in den USA großzuziehen. Er betont, dass sie dort Möglichkeiten haben, die ihnen in Großbritannien vielleicht fehlen würden. Die Gerüchte um eine Scheidung entbehren also jeder Grundlage. Prinz Harry und Herzogin Meghan zeigen sich als starkes Team. Trotz aller Spekulationen stehen sie fest zueinander und ihren Zielen. Ihr Engagement für soziale Gerechtigkeit verbindet sie und ist ihnen wichtig. Die Öffentlichkeit kann sich also weiterhin auf ihre gemeinsamen Projekte freuen. Die Liebe und Einheit der Sussexes bleibt ungebrochen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017